Ja, herrlich! Das ist von Kürn, die Weißkanzler kamen, natürlich, das waren die Adigos, wenn er gehört zu ihr. Richtig. So, in unserem künftig wertvollen Vortrag kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Programmpunkt. Und zwar haben wir die Möglichkeit, wir können Musik zum Zuhören und wir können Musik zum Tanzen spielen. Wer ist bereit, trotz Tageslicht jetzt schon tänzerisch voll aus sich rauszugehen und sich hier bis zur Halskrause in die Grasenarbe zu tanzen, war ein ganz kurzes Handzeichen, dass wir nicht an der Zielgruppe vorbeispielen. Das sind für eine Polonaise noch zu wenig. Gut, dann spielen wir einen schönen Song, der eignet sich zum Zuhören und zum Tanzen, wenn ihr euch schon mal so ein kleines bisschen einwirben wollt. Trotzdem wollen wir schon mal so ein kleines bisschen Publikumsbeteiligung an dieser Stelle provozieren. Wir sitzen im Grün, es ist Tag hell, das ist der sogenannte ZDF-Fernsehgarten-Effekt. Deswegen wäre es jetzt sehr schön, wenn ihr den Rhythmus ein bisschen mitklatschen könntet. Für einen wunderbaren Song, der nennt sich Rock'n'Robin. Einmal bitte die Hände und zwar zwei pro Person wäre ideal und dann den Rhythmus bitte mitklatschen. Geht so!